So, willkommen zu meiner Bewechslung zum Resident Evil 3, Twiller, zu dem Remake. Jetzt ziehen wir uns mal in die Twiller rein. Oh, klar, schon umsteckend. In 4K. Mehr Überlebende. Wir müssen den Trainern gehen. Ja, mehr Überlebende. Du musst diesen Wissenschaftler finden. Diese Vakil-Recher könnte uns alle schützen. Ich meine... Aber ich bin auf der Seite, nicht Ihres. Cool, wir wollen das gleiche. Carlos, es ist Jill. Ich habe die Kraft zu dem Subway. Nice job, Supercop. Next up ist der Traffic Control System. Oh, meine Damen und Herren. Oh, gib es auf! Was? Was? I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. No, no, no! They're gonna get through! I'm not gonna die, Anya. I'll leave you in a cold, cruel Carlos' world. Okay. Hm, okay. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but... You saved my ass first. You saved my ass first. You saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. You saved my ass first. You saved my ass first. What was Umbrella up to? Umbrella. Do you have any idea what you've just done? Nein! Hm. Resident Evil 3. Was ist das denn? Ne. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Ne, was ist das? Ja. The Twiller sah auf jeden Fall sehr gut aus. Vor allem die Grafik habe mich richtig überzeugt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und... Ja, was könnte ich das schon noch sagen. Musik könnte vielleicht ein bisschen besser sein, können wir bei den Twiller, aber... ganz solide und okay würde ich sagen, ne? Ja. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dahin. Tschau.